Hallo euer Weiküller mit Rechner zurückgekommen aus dem Rostegonau, zurück zu einem kleinen Flapfen-Gamer-Spotten-One-Day-at-Wide-Dance. Vorher noch ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützer, ohne diese gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen lieben Dank dafür. Wir schauen mal hinein und lassen sie uns einfach mal überrasen. So, dann kommen wir mal. White-Dance-A-Day! Check if... Hallo Survivor, ich sehe, dass du in der ersten Tag des Weikerspaces bist. Du musst dich auf 2.8pm oder du wirst. Good luck. Oh, und check if Jim ist in der Camps, wenn nicht, check your room. Bye-bye. What? Ich habe hier die Musik. What? Wir haben hier den Schock-Button. Crazy, crazy, classic hier. eine j sale. Schöne. Was sind jetzt? Was ist denn eine jerteile? How's das? Was ist denn? Was ist die Kamp? Das ist das richtig? Was ist das? Was ist die Branche? Was ist der Branche in der Schock-Button? Was ist das? Was ist das? und du will die. Good luck! Oh! I'll check if Jim is in the camps. If not, check your room. Bye-bye. Ah, I swear... Jesus, what? Bidididi... Er kommt schon weiter hier... I am... Pssssst, crazy, oder? Wenn das mal ja... nicht böse ausgeht. Von der Musik her? Ich weiß es ja nicht hier. Der ist ja unsere Office. Holy bolly. All easy. All funks online. Online What for this one oh Nice one nice one. I love it good. Not bad I'm gonna show you I see Julia hat so ein bisschen was von flumpty or so a little flumpty style Not bad, bro. Not bad, bro She's starving It's crazy I Keep busy here Thank you very much Why Kiki Last try Last try I was too slow to turn off the lights der ruck den ruck so ist es das kurs bis wir die 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 Touerdo. Whoa, good morning! Das ist eh... Das ist derartig. Trägerodi Missal chair w Warriors Wo bin ich jetzt da? So langsam überall bin ich jetzt vorder müde. Ich habe kaum geschlafen heute, konnte nicht mehr einschlafen, aber da kommt dann im Saal Videos auf. Immer schön gucken hier, war aber schon bei 11 Uhr hier. Ich weiß ja nicht wie lange es geht. Aber es erinnert doch schwer an FNAF. Anflammt die gerade das mit aus der Decke und so, mit diesen Löchern hier. Auch einmal ein bisschen anders geworden, aber auch nicht schlecht. Warum nur hier rechts kommt und nicht auf der linken Seite, verwundert mich ein bisschen. Meine Reaktionsfähigkeit lässt ein bisschen nach heute. Im Laufe der Zeit. Kommt hier gleich mal am Doppelpack. Der aus der Decke. Der aus der Decke kommt gleich. Hau auf her. Erbe da. Erbe da. Der aus der Decke. Hä? Er kommt aber nicht. Wie lange wird die Nacht wohl gehen, ne? Fragen über Fragen, ne? Wieder bis 7 Uhr. Das könnte sein, ne? Von 7 bis 7. Das könnte sein. Ah ja, ganz hier. Ganz dummes Gefühl hier mit der Musik. Aber ich mach's auch nicht weg. Wenn ich's halt nicht monetarisieren kann, ist mir's auch egal. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett hier, ne? Eww. 1 p.m. P.m.? P.m.? Postmortem? What? Hello Survivor. I see that you're in the first day of the pandemia space. You'll have to stay at late to 8 p.m. or you'll die. Good luck. root said you will die Ihnen in 10 lamm of an a速 ... Stand half and down với pantslaughs ... ey, jetzt kobe ich nicht mal in einem Title script? Ja, Freunde. Ne. Das war auch immer one night. Das war unfair, oder? Der heißt jetzt warum. Wir müssen uns bei euch fürs zusehen. Wir werden uns freuen. Beraturen auf den Mostekanal. Bitte bemerkt euch das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und Verzicke an Abonnenten, Kürbchen drücken, press the button, du subscribe, ansonsten genießt ihr Leben. Habt was, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen schon über die Entfänglinge und euch Rossi, thank you, goodbye, stay healthy, my friends. Drops care, bye bye.